Und dann machst du hinter die Watte rein. Hier durch die Wicklung musst du das hier in die Löcher reinstecken. Warte mal. Da sind so Löcher. Ich kann ja nicht beides filmen und geht ja immer gar nicht. Auf jeden Fall muss das hier unten rein. Hier rein. Warte, da. Siehst du die Löcher? Da muss es reinstecken. Das ist auch eine Arbeit für du, weil... Ach, war das Spiegel verkehrt hier. Oh mein Gott. Das geht mal gar nicht. Eigentlich habe ich die Dampfe dann in der Hand, weißt du? Wenn ich das mache. So geht das nicht. Du kannst hier ein ungefähres Bild machen, wie das geht. Gut. Dann musst du dir hinterher befeuchten. Deckel drauf. Glas drauf. Fällig. Zeige ich dir gleich.